Heute, liebe Freunde, gibt es eine Challenge gegen den Motorradfahrer. Riders ready, watch the game! Oh, krank Junge! Bist du dieser Grenzgänger? Entschuldigung, klingelingeling. Ich glaube, er ist noch nicht da. Oh, fuck, da ist er. Oh, nein! Zeit da! So Leute, wir checken jetzt mal die Konstruktion hier. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl. Oh, wir rollen! Oh, die Polizei freut sich natürlich da drüben. Direkt. Danke fürs Shuttle, Meister. Alter, ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Ich will wahrscheinlich weg. Ich fatze lieber schnell. Das sind gerade meine ersten Meter auf Tubeless. Und ich muss sagen, es fluckt ganz schön eigentlich. Aber ich habe vorne noch viel zu viel Luft drin. Ich wollte nur von der Polizei da oben mal weg. Ich habe mich Angst, dass er es doch noch anders überlegt und uns zusammenscheißt für die Shuttle-Aktion. Mega chillig, dass er nichts sagt. 2,8 bar, ein bisschen zu viel. Was fahrt ihr so oft, wenn ihr Tubeless fahrt? Was für ein Luftdruck? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich habe absolut null Plan, wie viel ich da fahren soll. Ja, das passt. So, heute ist meine erste Fahrt seit über einem Monat. Seit Winterberg war ich nicht mehr fahren, weil der Arm ist immer wieder aufgegangen. Aber jetzt geht es. Deswegen wird jetzt wieder gesendet. Manu, in Wiesnoth direkt wieder. Full Enduro, der Boy kriegt die Kurve nicht. Oh shit, das war... Servus. Ich glaube, du musst es gerade aus. Und dann hier irgendwo runter. Keine von ganz Wiesnoth nicht nach unten rein. Besuch es. Super. that's okay. Super. 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 Achso, noch was, bevor ich es vergesse, ihr habt es vielleicht in der Beschreibung schon gesehen, da haben mich so viele Fragen, wie ich das Color Grading mache. Und zwar habe ich da einfach einen LUT, das ist wie ein Filter, den könnt ihr einfach über die Videos legen. Ich zeige es euch mal kurz, so sieht es jetzt ohne Filter aus und so mit. Ja, das ist es eigentlich schon. In der Beschreibung ist der Link dafür, falls ihr Lust habt, könnt ihr es ja euch holen. Falls nicht, dann nicht. Alter, scheiß Steine in unserem Laub, Alter, ich kriege die Krise. Was hat er vor? Oh, f*** mein Leid. Der Schaltzug ist durch. Klingelingeling! Achtung! 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 Danke! Vorne ist jemand. Das heißt, wir machen ganz früh. Schon langsam, um die Leute nicht zu erschrecken. Entschuldigung! Dankeschön! Danke! Manu, Challenge! Wir probieren mal wieder einen neuen Manu-Rekord, persönlichen Rekord versteht sich. Nee, das war nix, weil der Kirchturm hier hat so einen vomischen Wind verursacht. Da ging das einfach nicht. So ist es manchmal. Ah!